so hallo wir machen weiter beim super maio maker 2 ein part nehme ich noch auf in dieser session dann schließen wir das ganze ab ich könnte jetzt leiser dings luigi weitermachen ich möchte aber gerne mal wieder einfach einen part lang super expert endlos machen einfach mal gucken was uns entgegengeworfen wird und ob wir unseren rekord endlich mal brechen können der bei drei ist ich bin noch nicht nicht sicher ob ich das ganze ausgibt oder nicht ausgibt mache ich versuch mit dem ausgibt und wir gucken mal wenn mich ein level zu sehr wenn ein level zu krass ist dann skippe ich okay das sieht nach viel spin jumper ich habe nicht gesehen wo ich hin okay ojo alles klar okay das ist dieses ding das haben wir vorhin gesehen das ist das ziel level 1 geschafft warum ist das bei super expert was okay okay kein leben verloren optimal optimal spiele ich wirklich super expert ja okay gut 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 sehr schön sehr schön sehr schön spiele loci von poli wog ok hier wird das muss ich skippen das sieht krass das sieht krass krank aus das wird alleine was ich da drüben sehe da muss man mit dem weg und arbeiten und so kram nein das skippe ich nein das schaffe ich nicht da werden alle leben weg keine ahnung was das wird ok wir probieren es mal aus 40 sekunden auf geht's ja schon zu langsam ah Gott ich kann speedruns nicht aber wir probieren es ein bisschen also ich will ja nicht alles skippen na aber das gerade das level in der höhle das sah super sick aus da müssen wir dann nachher mal auf die quote gucken Mist okay zu bald darf man die auch nicht werfen das ist so ein level da würde der beast einfach durchrennen ne und auch so rioca und sowas die würden hier einfach durchrennen aber die rennen auch durch smw hex durch kaiser smw hex rennen die auch einfach durch so als wäre es ein spaziergang das ist richtig sick dir dazu zu gucken so oh boy ok wohin 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 ich habe doch keine ahnung nein ah ok äh ah ich war irritiert dass das ding da kommt den muss ich aufsetzen und dann muss ich da an der seite runtergleichen oh Gott oh Gott oh Gott Mist wieder zu schnell ah aber es sieht nach einem guten speedrun aus ich weiß halt nicht wie knapp er ist das ist das nächste problem ob mir ob ich mir fehler erlauben kann oder nicht wo fasst du mich wo fasst du mich oh oh no 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 ansonsten skippen wir mal und spielen den nachher weiter ich möchte jetzt lieber nein ich möchte jetzt lieber keine leben mehr hier verlieren wir spielen den nachher noch super linked boss das klingt cool aber es ist bei super expert das macht natürlich sorge okay weg mit euch ich will das nicht die frage ist brauche ich das ding am das outfit am ende und kriege ich das nochmal oder muss ich es jetzt wirklich behalten na wie vorsichtig muss ich jetzt spielen okay ich komm da oben nicht rein also ich muss auf jeden fall durch eine röhre okay man kriegt das ein paar mal wieder das ist schon mal gut zu wissen das könnte es also noch öfter geben dass man das wieder bekommt dann kann ich ein bisschen gewissen wie es ein bisschen weniger vorsichtig erstmal durchgehen man hätte auf jeden fall möglichkeiten ab dafür gib mir leben schade tschüss 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 okay hier könnte nochmal so ein ding drin sein jetzt würde natürlich der ne nicht nur der ist ich auch ich würde grad sagen der der gute spieler muss jetzt hier müssen farmen für leben aber wie gesagt muss ich oh mein Gott Das war nicht, was ich wollte. Ja, jetzt komme ich natürlich da nicht mehr hin. Hier ist bestimmt ein Link-Outfit drin, aber ich komme nicht mehr ran. Uff. Ich hoffe, ich kriege noch ein Link-Outfit. Weil sonst wird der Sitz kritisch, hier ohne Link-Outfit durchzukommen. Nein, du nicht. Da ist bestimmt eins drin. Oh, bitte ja. Gib mir noch ein Link-Outfit. Das ist nicht das Link-Outfit, was ich habe wollte. Da ist jetzt aber eins drin. Komm. Mist. Da oben ist jetzt aber bitte eins drin. Oh mein Gott, was ist hier los? Aber wir haben gleich das zweite Leben. Da ist jetzt aber eins. Ja, das nehme ich auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Nice. Mehr Münzen. Wobei wir theoretisch das letzte Leben an der Fahnenstange ja meistens bekommen. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Kann ich hier rein? Nein. Aber hier rum geht es nicht weiter, ne? Vielleicht in die Röhre. Ja. Mir macht jetzt gerade das Zeit... Yo. Muss ich den besiegen? Okay. Muss ich den besiegen, ist jetzt die Frage. Nein. Aber mir macht das Zeitlimit gerade ein bisschen Sorge. Ich pfeife jetzt mal auf die restlichen Münzen hier. Wir haben keinen Checkpoint bisher gehabt. Ich muss jetzt hier... Ich kann da rein. Okay, das müssen wir uns aber trotzdem... Wir müssen das Power-Up uns holen. Keine Frage. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber jetzt schnell... Das Ziel suchen. Da ist ein Pfeil nach oben. Da wäre ein Superpilz. Wir schwimmen weiter hoch. Jetzt haben wir die Leben voll. Wir hatten keinen Checkpoint. Wenn wir jetzt am Zeitlimit sterben, dürfen wir alles nochmal machen. Äh. Muss ich dich besiegen? Bitte nicht. Mist, ja jetzt hat es sich erledigt. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Wir schwören einfach weiter hoch. Okay, das sind überall welche. Oh Junge. Das Level ist zu lang. Geh weg. Noch Kube Goomba. Wohin? Mist. Mist, es geht noch höher. Nein, es geht noch höher. Das war's. Oh, verdammt. Hier geht's vielleicht raus. Man weiß es nicht. Mist, das ist ja riesig. Oh, kein Checkpoint. Okay, also dann ganz schnell hier durch. Das war die erste Röhre. Hier. Geh halt rein. Da geht's hier auch ganz, ganz fix durch. Keine Zeit, sich hier irgendwie aufzuhalten. Die Leben haben wir eh voll. Jetzt. Ja, das ist da unten. Da unten an der Pflanze sind wir gerade gestorben. Das heißt, der Abstand, den wir hier oben sehen. Das heißt, ich brauche aber auf jeden Fall was, um die Pflanze da nochmal wegzumachen nachher. Ich muss auf jeden Fall irgendwas behalten. Also, ich versuche einfach, das Link-Outfit zu behalten. Ich werde jetzt ja auch nicht mehr mit Münzen mich beschäftigen müssen, weil wir haben die Leben, ja? Die ich aus dem Level mitnehmen kann. Insofern. Mist. Ist das jetzt egal. So, jetzt holen wir uns die Blume. Die war da unten. Hier war die. Genau. Und jetzt wissen wir auch, dass es direkt hier oben weitergeht. Ja, jetzt haben wir viel, viel, viel mehr Zeit. Gar kein, gar kein Vergleich. Und ich bin vorhin in die Röhre rein. Vielleicht kann man auch in die Röhre rein. Ja, man kann in beide rein. Oh, das ist nur eine Bonus-Röhre. Hätte mich vorhin gefreut, jetzt nicht. Gut. Ach so, ja, die Pflanze fährt ja auch wieder zurück. Also, man muss nicht unbedingt ein Item dabei haben. Kommt mir gerade. Nee, den Superpilz nicht. Wir behalten Link. So, also ab nach oben. Wir wissen, wie der Weg geht. Hallo? Hallo? Ja, wir kennen den Weg. Jetzt ist es auch kein Problem mehr. Äh, ja gut. Wir kennen den Weg. So viel dazu. Es ist zeitlich kein Problem mehr. Wobei natürlich nicht gesagt ist, dass da oben Schluss ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel länger wird, das Level. Das wäre dann schon wieder ziemlich sick. So, hier konnte ich an der Seite vorbei. Hier konnte ich an der Seite vorbei. Da oben konnte ich an der Seite vorbei. Und dann ist da schon die Pflanze gewesen. Von der, die Röhre, von der ich ausgehe, dass ich da rein... Halt, noch eins, Sir. Die Röhre, von der ich ausgehe, dass ich da rein muss. Wissen tue ich es noch nicht. Aber das, was wir hier jetzt über uns sehen, das ist schon der erste Abflüge. Da waren wir schon gerade. Hier, da muss ich rein. Gehe ich davon aus. Mach dich weg. Yes. Okay, es ist halt die Frage, ob jetzt überhaupt das Ziel schon kommt. Man weiß es nicht. Nee. Nee. Tatsächlich immer noch nicht. Und hier unten ist nicht der richtige Weg. Oh mein Gott. Ich hätte also vorne dies auf keinen Fall geschafft. Jetzt haben wir zum Glück... Oh boy. Okay, hier ist das Ziel. Uff. Langes Level. Langes Level. Muss man... Das auf Anhieb zu schaffen mit der Zeit... Ist schon kritisch. Also da hättest du ein Checkpoint hättest... Oh. Ja, nehm ich mit. Aber ein Checkpoint wäre ganz cool gewesen. Gebe ich mal kein Herz. Ein Checkpoint wäre ganz nett gewesen. Let's go. Hybrid Hierarchie von Forensik. Thema Technik. Oh, das sieht nach... Oh nein. Das war's halt. Ein super Expert Level mit dem... Gimmick hier. Okay. Mit Indikatoren allerdings. Mal schauen, wie schön die gemacht sind. Ah, ich hatte Bedenken. Aber es hat gepasst. Die Indikatoren sind echt gut gewesen bisher. Kann man nix sagen. Checkpoint. Okay. Ah, den hätte ich nicht setzen sollen. Der war Mist. Der war Mist. Der war Mist. Ja, den brauche ich nicht. Okay. Wirklich nur, wenn die Indikatoren da sind. Ansonsten nicht. Okay. Wirklich nur, wenn die Indikatoren da sind. So, das haben wir gelernt, wie das funktioniert. Okay. Scheiße. Ja, das war's jetzt an der Stelle. Aber das Level muss noch krasser werden. Es ist nicht grundlos bei Super Expert gelandet. Na, das ist das Problem. Ich hätte den Drehsprung machen sollen. Scheibenhonig. Also da ran und dann mit Drehsprung ab. Okay. Okay. Oh Gott, der macht, der macht echt so einen hohen Drehsprung. Da muss man sich echt dran, erst, echt, echt erst mal dran gewöhnen. Nice. Das war nicht das. Das war nicht das, was ich wollte. Ja, jetzt bräuchte ich halt, äh, na. Ja, und dann muss ich da oben. Ah, dann warte ich hier ein bisschen. Okay. Problem ist halt, ja. Na, jetzt kann ich halt nicht weitermachen. Ah, das geht ganz schön weit. Das geht ganz schön weit. Okay. Wow, mein Gott, was mach ich denn? Nein! Ich... Dumm. Halt, aber ich kann das gar nicht retten. Glaube ich. Ja. Oh, ich dachte, die kommen wieder. Ja, Ripp. Soviel zum Rettungsversuch. Ja. Jetzt einfach normal abspringen. nicht so not like this mein kopf ist halt auch so ich mache immer wieder die gleichen fehler man nur weil er an der einen stelle der drehspunk verlangt ist er ja nicht an der anderen stelle auch umdenken kopf umdenken so hier machen wir den drehspunk und drüben nicht hier ist ein z drüben nicht hier ist kein z so ist gut perfekt so ich hab's nein ich hab's verkackt jetzt kann ich nicht noch mal ich habe ihn versaut ich habe keine möglichkeit ist zu retten der gegner ist ja nicht mehr da da unten wäre noch mal einer gewesen nein da unten wäre noch mal einer habe ich mich jetzt gesoffen doch nein ich komme hier raus aber da unten wäre noch mal einer gewesen verdammt den hätte ich nutzen können wenn ich es versaut jetzt weiß ich es für das nächste mal und kann ich nicht einfach dann an der seite mit dem mit dem mit dem anzug buch müsste nicht die stelle ein bisschen einfacher dadurch geht sogar oder was spricht da dagegen ich meine ich komme jetzt auch so hoch muss jetzt nicht hier rumprobieren drehsprung da war ein z verdammte axt weiß halt nicht was jetzt hier alles noch kommt wir werden es mal probieren aber ich fürchte ich komme hier nicht weiter ohne den nee weil da die die schräge ist keine chance bist bist ärgerlich ärgerlich also hier beim drehsprung ab und dann da gleich noch mal einen ansetzen und dann da drüben wieder ok verstanden cooles level aber ist tatsächlich ein level was spaß macht mit dem dem hörnchen links da wenn man das ding mal verstanden hat ist das auch nicht mehr so schnell zu steuern ich habe das in dem level von rasierer halt gerade erst kennen gelernt habe ich mich halt super dämlich angestellt einfach nur aber mittlerweile wenn ich mir das hier so angucke geht es eigentlich was das flugkörnchen angeht zumindest habe ich die mechanik verstanden und wenn er die level hat auch noch so nett gebaut sind dass es auch funktioniert ich bin zu doof das zu treffen das gibt es doch nicht mann ein bisschen runterrutschen dann ist es glaube ich besser ein bisschen vorher runterrutschen Mist ich bin ganz ehrlich ich glaube ich werde es wirklich versuchen einfach durch den rand hochzukommen dann brauche ich das fichter nicht beachten das problem ist halt nur ich weiß nicht ob ich nicht da jetzt noch mehr leben verschwende wenn es dann nicht funktioniert anstatt dass ich es einfach normal spiele ne man kommt ja hier problemlos hoch das ist ja nicht das problem das ficht zu treffen ist halt dann so ein bisschen eine etwas ärgerliche geschichte ich bin in die falsche richtung na aber theoretisch wenn ich hier reingehe mit dem hörnchen und dann mich hier hochziehen lasse dann kann ich doch hier mit dem hörnchen raus und kann hier ganz normal weiter ja ganz ehrlich so machen wir das so und nicht anders machen wir das wir lassen das ding da hochziehen und gehen selber hinterher das ist einfacher als das ficht zu treffen so der sollte jetzt weg sein dürfte mir keine probleme mehr bereiten jetzt kann ich doch hier in ruhe scheiße habe ich jetzt noch einen ja weil ich oben gelandet ja ja jetzt habe ich es verkackt ok jetzt muss ich folgendes machen jetzt muss ich vorsichtig nach unten und das ganze wiederholen ich weiß nicht warum ich jetzt mit dem drehsprung weg bin aaaaaaah verschenktes leben komplett verschenktes leben ja natürlich könnte ich jetzt skippen aber ich will das nicht skippen das level will ich schaffen das level ist cool und es fühlt sich denken kopf denken und es fühlt sich machbar an in dem fall ist mir jetzt halt auch schon wieder gerade der super expert hintergrund egal ich will das level schaffen den speedrun verschiebe ich dann auf eine spätere aufnahme ok wow 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 vorsichtig ok was jetzt was soll die Tür mir das sagen brauche ich einen p-switch ich muss mir hier einen weg bauen dass ich wieder zurückkomme weil ich hier gleich einen p-switch drücke ich bin mal vorsichtig wobei man in 3d-world sowieso auch wieder nach oben käme Normal. Achso, das ist das einfach nur ein Resettor. Okay, wir nehmen den Stern und den Yoshi mal mit. Puh! Ei, war das ein Level. Ei, war das ein Level, ne? Boah. Aber richtig cool. Richtig cool. Dafür haben wir jetzt zwar haufenweise Leben verloren, aber was willst du machen? Mit dem nächsten Level würden wir uns einen Rekord brechen. Wenn wir noch ein Level schaffen, haben wir den Rekord gebraucht. Swamp Snow Way gegen die Zeit. Ah ja. 20 Sekunden. Hä? Drehsprung? War da ein Set irgendwo? Aber halt kein Set. Also, das kann man halt vorher nicht wissen, ne? Okay, da war ich zu hoch. Das kann man halt vorher nicht wissen. Das ist schon wieder doof. Nicht gut. Ein Set wäre da sinnvoll gewesen. Habe ich auch nicht übel sehen, ne? Geht's nicht zu hoch? Oh, Junge. Das wird noch richtig kritisch am Ende. Ich skipp's mal. Das fühlt sich für mich als zu schnellen Lebensverlust an. Da fühl ich mich nicht. Da gehen die Leben zu schnell weg. Link. Ein neues Link-Level. Ja, nice. Link gefällt mir. Link and the Painted Faces. Okay, ich komme nicht durch. Hier schon. Ich nehme an, ich bekomme da, dass als wirkliches Ziel gedacht ist. Nehme ich jetzt mal an, bekomme ich den Link, das Link-Outfit nicht mehr zurück, wenn ich meldlich getroffen werde. So, Problem ist... Oh, fuck. Ich habe mich gesoften, Leute. Oh, fuck. Ich brauche den. Jo. Ah, das ist jetzt nicht so das schönste Design. Hätte man aber nachdenken können. Ah, Mist. Aber was ich sagen wollte, ich nehme an, ich bekomme das Link-Outfit nicht mehr zurück. Also da wirklich jetzt auf nicht getroffen werden, aufpassen. Aber das war gerade doof. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Manchmal hätte es sehen können, hier komme ich nicht raus, wenn ich das genau beobachte. Aber trotzdem. Jetzt muss ich halt warten, bis der wiederkommt, oder was? Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Das ist ja richtig dumm. Das ist ja... Kompletter Quatsch. Vielleicht gibt es später den P-Switch, anders kann man unten durchlaufen. Keine Ahnung. Da ist hier ein P-Switch drin. Muss ja. Es muss ja da unten weitergehen. Ne. Hä? Ich bin so ein... Ich hab mich gesoftlockt. Ich hätt mich einfach raussprengen können. Oh mein Gott, ich spiel ja Link. Wait, hab ich dann jetzt was verpasst? Nee, hier ist nichts, ne? Nee, hier ist nichts. Ah, ich bin so blöd manchmal. Ist unglaublich. Hui! Also, das war... Das... Das war's komplett. Oh, ich muss allerdings... Ja, okay. Ich muss trotzdem über die Dücke hier springen. Aber ich hätte rausgekriegt. Das... Äh. Nee, da weiß ich auch nicht mehr. Oh nein, es ist ein Dunkelheitslevel. Oh boy. Oh, hi. Da ist es aber gut, dass ich nicht voreilig, äh... Sowas wie... Dings vergebe. Äh. Daumen runter. Ja, da, 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 da. Okay, ist hier einfach nur Abgrund? Okay. Ich hoffe, ich hab keine rote Münze verpasst. Das wär blöd. Wieder ins Helle? Nein. Wir gehen nicht ins Helle. Oh! Gut, dass ich den hier mache. Ich hab mir grad schon gedacht, da kommt doch gleich irgendwas hier reingeflogen. Und ich seh auch, ich kann jetzt hier hoch. Aber will ich da hoch? Ich komm da nicht mehr zurück, wenn ich da hochgehe. Den könnte ich auch hoch. Aber will ich da hoch? Okay, hier ist einfach Schluss. Also, ich hab drei Wege, wo ich hoch kann. Ich werd mal beim ersten hoch. Da wär ne Münze gewesen. Kommt jetzt noch mal runter. Ich hab jetzt die Münze verpasst. Vielleicht sind die Optionalen. Sind die Münzen optional? Ah, vielleicht soll ich das nicht abschießen. Ah! Da war übrigens ein Hammer, Bruder. Auf einer Wippe. Cool. Da bin ich ja Fan von. Ach du Schande, ist das ein Level. Oof. 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 Na gut. So, hier wissen wir jetzt Bescheid. Vorsichtig hier hoch. Und dann die Münze holen. Ansonsten war in dem Raum keine andere Münze noch. Kann mich nicht erinnern, dass ich da einiges gefunden hätte. Da ist das Feuerding. Und dann geht's hier einfach in die Tür. So. Die zweite, der zweite Weg nach oben führt zur roten Münze. Und dann wird's kritisch. Der Weg führt zur roten Münze. Here we go. So, jetzt schieße ich den ab, den Kollegen. Nice. Der ist weg. Okay. Ist da noch einer? Yes. Der ist auch weg. Okay. Da ist noch einer. Nice. Auch der hat sich verabschiedet. Okay, da ist jetzt einfach wieder das Ding. Okay. Eine Münze fehlt noch. Nee, ich wollte nicht wieder durch die Tür gehen. Weg, 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 weg. Sonst werde ich von den Hammern abgeworfen. Hilfe. Okay, da war eine Pflanze. Da war noch eine Pflanze. Okay, aktuell. Da ist ein Dings drauf. Das sind jetzt mehrere Pflanzen. Äh, mehrere Röhren. Boah, aber wenn die Stacheln hier unten gewesen wäre, ne? Oh Gott. Das Gute ist, man kann halt mit dem Pfeil sich so ein bisschen auch für Licht... Für Licht sorgen. Hier geht's theoretisch hoch. Aber da ist nichts. Ist da eine Pflanze drin irgendwo? Da oben ist ein P-Switch. Okay. Okay, der drückt den... Der löst den Ding da oben aus. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier eine Münze verpasst habe. Aber mir scheinen die... Oh Gott, da oben wird's kritisch. Oh. Aber die scheinen optional zu sein. Ich weiß es nicht. Da ist eine Münze. Da ist meine letzte Münze. Habe ich die Pflanze erwischt? Ja, noch. Okay. Was? Münzen haben wir alle gefunden. Geht's da hoch? Nee, das macht so eine... Macht so eine Ecke. Okay. Hier geht's hoch. Da ist auch dieses Ding. Ja, was habe ich getroffen? Aber ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht. Muss ich vielleicht wieder runter? Ist das da oben nur Deko? Kritisch. Okay, wir gehen mal hier unten weiter. Wir gehen vielleicht auch nicht unten weiter. Kann ich hier irgendwie wieder runter? Nee. Aber da ist Zeug. Ach ja, hier ging's ja auch hoch. Das ist nichts, wo ich hin möchte. Wait, wie komm ich jetzt wieder da hoch? Wait, wie komm ich jetzt wieder da hoch? Äh. Ähm. Habe ich mich hier die Wege verbaut jetzt irgendwie? Also ich kann ihn von hier aus drücken. Aber das nützt mir ja nix. Hier ist auch kein Weg hoch noch. Nee, scheiße. Wo ist die Schlüsseltür? Hä? Ich komm hier nicht mehr hoch. Waren hier... Hier waren doch bestimmt so normale Blöcke, die ich genutzt habe. Und jetzt sind da Münzen draus geworden. Durch den Peace Witch. Und ich kam jetzt... Oh, nein. Habe ich's mir jetzt echt verbaut? Das so wie hier. Wenn ich die hier weg mache, komme ich nicht mehr hoch. Ey, wo ist die Schlüsseltür? Von hier aus komme ich... Ja, ist mir schon klar. Von hier aus komme ich auch nicht mehr rüber. Scheat. Komm ich nicht da auf die Blöcke hoch hier? Nee, komme ich nicht hoch. Ja, ich kann nur zurückgehen. Ja, ist jetzt halt dumm. Aber ich habe auch nirgendwo auf dem Weg... ...irgendeine Schlüsseltür gesehen. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, das war blöd. Oh, das war richtig blöd. Aber hier ist... Hier ist nichts an Schlüsseltür. In dem Raum war keine. Ach, verdammt. Hier oben war auch nix. Nee. Also, so kurz laufen erscheint mir nicht als die richtige Lösung. Dann muss ich da irgendwo weiterkommen. Und muss aufpassen, dass ich mir den Weg nicht verbaue. Mist. Ganz großer Mist. Nee, aber hier kann ich ja eh nicht mehr zurück. Wenn ich da oben bin, bin ich da oben. Dann ist da eh Schluss. Nee, zurücklaufen ist Quatsch. Gut, haben wir das geklärt? Dann muss ich da irgendwie oben weiter können. Ich weiß noch nicht, wie. Aber irgendwie muss es gehen. Na, hier oben war auch nix anderes. Da war nur nochmal der. Und da war nochmal der. Nee. Okay. Dann schießen wir die Kollegen jetzt wieder ab. Dann ist der Raum hier auch nicht so schlimm. Oh, wait. Nee, da kann ich nicht durch. Das ist Quatsch. Doch, da kann ich theoretisch durch. Aber... Wie gesagt, ist das Quatsch. Nice. Weg, Feuer. Habe ich den schon erwischt jetzt? Nein, der springt da noch rum. Ähm. Alter, jetzt ist der da richtig nah. Jetzt habe ich ihn erwischt. Hilfe. Wir sind schon am Ende. Na, okay. Oh, hier könnte ich auch nochmal sprengen. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Dann sind wir wieder hier. Was ich jetzt also aufpassen muss, ist... Äh... Äh... Wow. Ist, dass ich keine Münzen einsammle, die Blöcke gewesen sind. Aber das ist halt dumm designt. Also... Weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut. Nee, die Blöcke hier sind verschwunden. Hä? Wie sind denn die Blöcke hier verschwunden? Habe ich da eine Bombe drauf gepfeffert? Hä? Die können doch gar nicht verschwinden. Habe ich hier versehentlich eine Bombe drauf gepfeffert? Die werden doch nicht zu Münzen. Ist ja kompletter Quatsch. Oh, wait. Hier geht's runter. Oh nein. Wäre es hier weitergegangen? Oh nein. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich wäre halt... Ich wäre halt so oder so. Ich wäre nicht mehr hochgekommen. Aber wie habe ich das geschafft, dass die Blöcke da verschwinden? Das verstehe ich nicht. Wie habe ich die Blöcke da unten verschwinden lassen? Hier wäre es runtergegangen. Nein, da bin ich nicht runter. Was kommt jetzt? Ich sehe halt nichts. Oh, bitte. Sind da Stacheln oder kann ich da runter? Oh, ich hätte schneller sein müssen. Okay. Aber jetzt, wenn ich den Weg weiß... Wait. Äh. Ähm. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist aber auch nichts versteckt. Aber hier muss was sein. Wahrscheinlich ist das so dumm versteckt. Wie dumm ist das denn, bitte? So, und jetzt? Ja, wo ist jetzt der nächste Block? Noch einer muss ja noch da sein. Ich komme ja noch nicht hier hoch. Oder ist jetzt hier auch noch irgendwo ein Peacewitch versteckt? Wenn jetzt hier in der Luft auch noch irgendwo ein dummer Peacewitch versteckt ist, dann? Aber ich komme ja so nicht hoch hier. Da muss ja noch irgendwo was sein. Hä? Was ist das? Such den Block? Alter! Why? Jetzt will ich einfach nur hier hoch, ja? Wo war der denn jetzt irgendwo da? Da war der. Ja, das ist ja mit Abstand das Dümmste. Wait, ich hätte wahrscheinlich den P-Shop machen können, um da hoch zu kommen, ne? Ich sehe die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Ich glaube, das wäre dann nicht die beste Idee. Ich muss da reinkommen. Komm ich da oben rein? So. Doch, das wäre sogar gegangen. Also wenn der P-Shop funktionieren würde. Wenn der P-Shop funktionieren würde. Und jetzt? Jetzt suchen wir die nächsten Blöcke oder was? Das ist kein Rätsel, das ist dumm. Ich brauche jetzt so einen Propeller-Pilz-Fiech. Oh ne, brauche ich nicht. Ja moin. Ja moin. Ich, ah, den Sprung werde ich nicht schaffen. Da muss ich. Ja, irgendwie so. Ah. Ich kriege den Speed nicht drauf. Oh, nein. Jetzt hätte ich den Eck. Ach, nee. Tschüss. Dummes Level. Jetzt hätte ich weiterspringen müssen. Ich weiß. Ah, verdammt. Ah, was ein doofes Level, ey. Underice von Kaka. Und schon kann man nicht weiterspielen. Nice. Marshal Madness, No Ball Falls. Sammle alle von Abhilze 3 und erreiche das Ziel. Äh, das sieht auch schon wieder sehr kritisch aus für drei Leben. Und was war diese... Ich will jetzt wissen, was der P-Switch am Anfang war. I'm sorry. Das muss ich in Erfahrung bringen. Nein, der... Nein, der f... Okay, das bringen wir in Erfahrung gleich. Wir skippen erst mal. Madhatter. Oh, war ja. War auch nicht gut für ein Zwei-Leben-Abschnitt. Ja, ist vielleicht cool, aber ich glaube nicht jetzt günstig. Ich habe halt viel zu wenig Versuch, um da jetzt irgendwas anzusetzen. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich muss irgendwas spielen, was nicht sofort zum Scheitern aussieht. Es sieht theoretisch nicht sofort zum Scheitern aus. Ist das ein Troll-Level? Kommt der raus? Nein. Ja, dann keine Chance. Das sah aus wie ein Troll-Level. Nein, danke. Also grundsätzlich ja, aber nicht jetzt. Okay. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Level, die wir uns nächstes Mal angucken können. Im nächsten Part. Die ich nochmal spielen möchte. Das Troll-Level auf jeden Fall auch. Wenn das gut gemacht ist, ist es ja okay, aber oh mein Gott. Das wirkt richtig gruselig gerade, ne? Aber es soll es ja auch sein. Haunted heißt es. Von der Atmosphäre gefällt mir das schon mal sehr gut. Ist vielleicht nur jetzt für den Super-Expert nix. Ich will ein Link-Schwert haben und vor mich rumfuchteln können. Oh Gott. Hier kommt doch bestimmt gleich irgendwas. Nee. Woh! 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 Hi! Okay. Auch ein Level für den nächsten Part. Ich hoffe, ich denke dann auch dran, diese Level nochmal zu spielen. You've got four new updates. Hab ich die ja. Ah, so ein Level. Aber wir haben ja nicht mal Münzen. Wofür? Ich brauche am Ende den P-Switch. Okay. Ich brauche ja auch den P-Switch. Okay. Ach, ist das vielleicht eine Reihenfolge, die ich gehen muss? Eins. Nee. Ach nee, Cooper. Oh ja. Ah, super. Okay, hier kriege ich den Pilz. Ich könnte auch die Shell mitnehmen, übrigens. Damit komme ich jetzt hier durch. Bisschen risky, aber ich komme durch. Das war nicht was, oh Mist. Das war nicht ganz, was ich wollte. Aber okay. Hier ist ein Leben drin. Aber das war's jetzt auch. Das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Jetzt habe ich wieder gar nichts mehr. Scheiße. Jetzt holen wir mal wieder den Pilz. Pilz. Shell. Da ist die 2. Okay. Das sieht schon eher aus für... Wie für Pilz gemacht. Aber ich kann die Shell nicht mitnehmen. Weil ich glaube, dafür müsste ich jetzt... Ich weiß gar nicht. Geht das in Mario Maker? Dass ich die mit dem Dirichsprung noch mit... Ja, never mind. Okay, hallo, bum bum. Flügel, bum bum. Will ich den überhaupt besiegen? Oder will ich einfach nur die Blume holen? Oder brauche ich den, um da hochzukommen? Nee, ich brauche den nicht, um da hochzukommen. Wait, what? Ah, mein Gott. Nee, wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss den nutzen, oder? Ja, geil. Ja, super. Scheiße. Aber das wäre auch ein Level, was wir spielen könnten beim nächsten Mal. Jetzt will ich nur ganz kurz noch den P-Switch in dem einen Level checken. Das war auf jeden Fall wieder ein Abenteuer. Der etwas anderen Art. Ah. Okay. Mich interessieren zwei Dinge. Einmal das Clear... Das Ding hier. Das sah echt krass aus. Das habe ich hier geskippt. 14 Prozent. Drei Minuten. Äh, 14 Prozent, ja. 0,14. Nee. Nee. Haben wir das geskippt? Was war das denn für ein... Ach, das war der Speed One. Das müssen wir noch spielen. Das haben wir geschafft. 4 von 174. Das hatten wir auch geschafft. Das war mir dann zu kritisch. 1,98. Ja. Das war dumm, ne? Das war... Ja, Mensch. Die Beschreibung spricht auch wieder Bände. Und das war das mit dem P-Switch am Anfang. Das hat noch keiner geschafft. Das ist ein Null-Prozent-Level. Danke, dass man sowas im Expert-Run bekommt. Super. Warum klappt es jetzt sofort und vorhin nicht? So, was ist jetzt hier? Ach, das ist so ein bisschen Preview. Ah, das ist eine Preview-Dings. Wait. Ja, aber es ist eine Preview, aus der man nicht mehr rauskommt. Geil. Nee. Danke, so ein Level braucht man nicht spielen. Sieht nicht wirklich spaßig aus. Wir können mal ganz kurz den Anfang ansetzen. Nur, dass ihr seht, dass das tatsächlich nicht spaßig ist. Und dann könnt ihr das selber ausprobieren. Viel Spaß dabei. Dann muss ich den da rüber... Ey, sowas ist überhaupt nichts für mich. Das ist... Sowas ist überhaupt nichts für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt... Hä? Aber man muss bestimmt über den Eiszapfen, der runterfällt. Ja. Damit irgendwas machen. Wahrscheinlich nochmal den P-Switch drücken. Ganz strange. Ich hab keine Ahnung. Viel Spaß dabei. Gut. Part ist lang genug, holy moly. Äh, danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.